Musik 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 Ich habe ursprünglich mit dem Klettern angefangen, weil meine Schwester dazu gekommen ist und jemanden zum Sichern brauchte. Ich hatte erst überhaupt keine Lust mit ihr in eine Kletterhalle zu gehen, aber vom ersten Tag an, als ich meinen Einsteigerkurs gemacht habe und die ersten Klettererfahrungen gesammelt habe, war ich so motiviert, dass ich die nächsten Monate nicht mehr aus der Kletterhalle rausgehen wollte und jeden Tag dort verbracht habe. Um motiviert zu bleiben, war es für mich immer sehr wichtig, kleine Ziele zu haben, auf die ich hinarbeiten und hintrainieren konnte. Egal, ob es schwere Routen am Fels oder der nächste Wettkampf war. Musik Musik Das Motivierendste am Training ist, schon nach einigen Sessions oder Wochen zu sehen, wie man sich bei seinen Schwächen verbessert und dann zu einem Projekt zurückzufahren und zu merken, wie viel besser sich alle Züge anfühlen, ist das vielleicht das beste Gefühl, was man im Klettern haben wird. Musik Musik Seitdem ich klettere, haben mir Leute hier in der Halle von Fontainebleau vorgeschwärmt, in ihrer Meinung nach bestem Bouldergebiet der Welt. Musik Mittlerweile ist Fontainebleau auch mein liebstes Klettergebiet, von der Beschaffenheit des Felses über die unglaublichen Strukturen der Griffe hin bis zu den athletischen Boulderproblemen, die gleichzeitig sehr kraftbetont und auch technisch sind. Das ist einfach das Beste, was ich bisher unter den Fingern hatte. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Es ist schwer zu sagen, was für Linien mich eigentlich motivieren. Es geht dabei hauptsächlich um den ersten Moment, wenn man unter einem Boulder oder einer Route steht und sich einfach nicht vorstellen kann, dieses Gebiet zu verlassen, ohne diese Route versucht und geklettert zu haben. Bis zum nächsten Mal. Das Beste am Klettern ist für mich, dass man nie genau weiß, was passiert. An manchen Tagen geht man raus, klettert alles direkt und fühlt sich einfach nur super stark. Und an anderen Tagen kommt man nichts hoch und muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Endlich ein guter Versuch. Oh, das war super close. Also auch die linke Hand kommen und man alles nur mit dem rechten Arm abfangen muss. Mit dieser Intensität werde ich das Klettern bestimmt nicht weiter betreiben, zumindest nicht mein Leben lang. Aber ich bin mir schon sicher, dass Klettern immer ein Teil meines Lebens, meines Alltags sein wird. Ich kann noch nicht glauben, was passiert, was passiert. Ich kann noch nicht glauben, was jetzt passiert. Yesterday, nach der Qualifikation, ich war sicher, dass ich nicht in den Semi-Finals bin. Heute, ich wollte einfach alle Bouldern in fronten, in fronten dieser unglaublichen Freude. Ich war so glücklich mit dem Bouldern. Es hat mich sehr gut gehalten. Es wird heute eine lange Nacht. Heute, heute.